Servus meine Lieben Usomis, Willkommen zurück zu einer neuen Folge Overwatch. Ich bin heute mein Symmetron, da mit dabei ist Sven und Steffi. Mal gucken. Jojo, da. Nein! Ich hätte schnell stellen sollen, wäre besser gewesen. Fuck, ey. Hat der Lucio mich noch gekriegt? Ach, die kommen ja von hinten. Teleporter nämlich ready. Ey, die hat, was weiß ich, 10 Leben und keiner kriegt die down? 2 Leben hatte sie, nicht euer Ernst. Ja, das war's. Ja, die haben auch alle zu spät reagiert. Haben wir schnell verloren, leider. Scheiße. Da kommt ne Affe von hinten. Und was auch immer, ne Lucio. Nein, die war fliegt. Nein, die war fliegt. Ja. Ein Affe. Ein Affe. Von unten. Spielt hier nicht irgendjemand Anna oder Reaper? Ja, reaper. Ja, reaper. Vielleicht kriegst du die dinge für mich down als ne Reaper, hier die Sniperin von der. Ah. Ich hasse sie so sehr. Ja. Ja. Der Affe liegt links durch. Ich wusste doch, dass er noch kommt. Ich wusste doch, dass er noch kommt. Ich wusste doch, dass er noch kommt. Ich benutze dieses Schild viel zu wenig, merke. Fährt mir so gerade auf. Ich muss dieses Schild auf das mal benutzen. Eigentlich ein guter Konter fährt mir gerade so ein gegen die, ähm, gegen die Widowmaker, weil ich dann mein Schild in die Richtung werfen kann. Fährt mir gerade so ein. Haben die ne Widow? Ja, die hat ne Widow, glaub ich. Ich glaub, die hat gewechselt. Ja, die ist gewechselt, glaub ich, auf Sombra. Oh, da haben die mich gekillt, die Drecksacke, und haben natürlich den Teleporter jetzt gemacht, ne? Die sind als allererstes auf den Teleporter gegangen. Weißt du, die Affa, der Affa haut die ganze Zeit auf mir rum. Das interessiert kein Mensch. Ich hab da irgendjemanden gekillt, wer auch immer das war. Ich hab da irgendjemanden gekillt, wer auch immer das war. Ich will keep you here toegere. I will keep you here. da steht wieder ich glaube die gegen zu ihrer will ihre ulti benutzen war ganz ganz gut geblockt da bin ich jetzt gleich tot ich war eben ein bisschen krieger sauber umso von rechts gemerkt der stirbt schnell hier drinnen der stirbt hier schnell drinnen kann er vergessen die Leute können doch durchgehen voll genial mittlerweile die ist richtig genial vor allem das Schild was du nach vorne schmeißen kannst ist richtig gut oh leu ja da war das Schild auf einmal aus vom Reinhardt das war natürlich kacke das ist oh man da wollte ich gerade meine ulti wechseln ich bin auf einmal aus lol da killt der mich nein das kann doch nicht wahr sein da stimmt der mich an der Drecksack der Reinhardt hat die ulti ready Ich glaube, dass er es nicht mehr schafft bis hier hin. Schinken es doch nicht. Junge, ich habe eine 20-Killstreak, ne? Das ist doch nice. Wir haben alle einen guten Job gemacht. Du kannst sagen, was du willst. Ich spiele jetzt auch mal im Angriff. Vielleicht kriege ich Sinn, mit der Simitra durchzulaufen. Du kannst keine Kugel mehr aufladen? Nein, nein, nein. Du kannst das Schild nicht mehr den Leuten geben. Dafür hast du jetzt das Schild, was nach vorne läuft. Alles ist beim Alten. Nur das Schild hochmachen für die Leute, setzt durch das Schild nach vorne weglaufen. Zusätzlich 50 Rüstung war das, glaube ich. Genau, das ist weg. Dafür hast du jetzt das Schild, was du... Du kannst damit super attacken. Das kannst du nach vorne schmeißen. Darunter kann sich die Gruppe ein schnelles Stück bewegen. Wenn du halt nach vorne pusst und das Ding schmeißt, kannst du halt dich dahinter in Sicherheit bringen, weißt du? Wenn du einen Healer bekommst. Ein Healer? Vielleicht Lucie? Oder eine... Ah ne, du spielst den Dingens gerne, ne? Ja. Wenn überhaupt... Ja, ist doch auch gut. Eigentlich kein Heiler, aber... Merci. Wenn nur Merci. Stimmt, warum haben sie Merci eigentlich nicht als Französin gemacht? Merci. Guck mal. Tut's hier mit Schaden. Ich bin ein kleiner Schokoriegel. Ein bisschen kleiner Schokoriegel. Merci. Ich zieh. Oh Gott. Oh LOL. Ja. Okay. Ja. Boah. Ich mach selber den Witz und... Hä? Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott. Düm, 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 düm. Barrier. Eine Barrier. Da hat ne Widow mich weggesnipert und keiner macht was. Oh krass, ey. Die hat aber eben zwei Leute weggeholt, ey. Ah, das war ein Glückstreffer. So gut trifft die da auch nicht. Das ist ein Glückstreffer. Wo ist sie denn? Hat sie den Schuhler erwischt? Oben. Ja, wir müssen mal jemanden haben, der hoch geht's. Wo ist sie denn? Wenn ich da oben jetzt hingehe, dann snipert die mich direkt weg, ey. Ja, ich komm sonst nicht raus. Ja, ich probier's einfach mal. Die ist weg. Kommt raus. Könnt raus. Leute, jetzt haben die... Ach, scheiße. Wenn wir mal durchkommen würden, das wär nice. Lenkt die gerade von hier oben ab, also... Ach, scheiße. Sorry, das sah gerade lustig aus. Du bist halt voll weggejumpt. Na, ich bin erst hochgejumpt, weil ich ihn heilen wollte. Ja. Und dann... Dann hast du voll die Stronate abgeklitscht. Oh, das gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Oh, das gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Ja. So, jetzt muss ich hier mal mitschießen, damit ich überhaupt... Damit hier überhaupt Leute sterben. So, jetzt ist Reiner tot. Jetzt muss man irgendwie mal gucken, dass wir da reinkommen. Ja. Na dann. Ja. Ich glaube aber kein Leben. Jetzt hab ich wieder Leben. Ah. Lol. Im Eingang ist direkt ne Falle von dem Dingens. Scheiße. Geht die voll auf mich. Was? Ich hab mich dahin teleportiert. Achso. Ja, die kann ich ja wegsnipern, dass wir... Der war... Ja, 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 ja. Ich hab gedacht, der Reifen hat mich schickt. Ich hab jetzt meine Ulti. Wir werden das so gut verteidigt und jetzt kriegt ihr das nicht eingenommen. Echt, ey. Microphone activated. Auch immer schon. What the fuck? Reepunk! Komm schon, nein! Ach, ficken! Hilfe! Super Fail von mir, wahrscheinlich. Bis die Dinge ins Irgendwo. Ich wusste es. Das ist ein Penner. Oh, das gibt's noch nicht. Ich auch. Das ist die Widow. Heng die mal ein bisschen ab, dann geh ich mit Ulti unten rein. Boah, was war das denn? Wollen wir nicht. Ein da. Ach, kacke, Steve. Geiste. Wollen wir nicht. Komm da. Der scheiß Teleporter. Teleporter's down. Sind zu viele gespawnt worden. Oh, Mann, ey. Oh, Leute, ey. Ja, ich musste auf Heiler gehen. Scheiße. Haben sie gut gemacht. Haben verloren, ne? Komplett, oder? Ja. Schadig. Schadig, schadig. Ja, nicht normal, ey. Das wäre hier jedes Spiel verlieren. Das ist doch echt... Die Widowmaker war gut von denen. Ja, manchmal reißt es wirklich... Reißt es wirklich einer raus, ne? Ja, und dann renne ich hin und rennen sie alle. Und das ist kein Highlight. Ja, wahrscheinlich, weil es nichts gebracht hat, oder keine Ahnung, weil alle da gestorben sind, weil das Spiel scheiße ist. Keine Ahnung. Na ja, dann soll es das gewesen sein, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.